Hallo liebe Freunde, Interessierte und Follower, hier möchte ich wieder ein neues Design, speziell entwickelt für den stofflichen Charakter, also nicht KI oder AI, sondern ein spezielles Entwicklungsprogramm erstellt, wo ich oder wie ich dann die verschiedensten Effekte hier darstellen kann. Wenn ihr hier einen Teil des Entwurfs seht, dann seht ihr meist nicht die Rapportanschlüsse in X und Y, sondern nur einen Teil vom Muster. Hier möchte ich euch zeigen, dass in X-Richtung hier der Rapportansatz mit auf den Entwurf ist. Es ist praktisch ein Rapportanschluss in X-Richtung vorhanden. In Y natürlich nicht. Ich möchte nicht meine Entwürfe hier hundertprozentig zeigen. Mit der neuesten Technik, auch KI genannt und so weiter, ist hier ein Kopieren meines Entwurfs sehr leicht und deshalb werde ich immer nur Ideen und Ausschnitte zu einem Design hier zeigen. Wer Interesse hat an einen rapportierten Design, möchte sich bitte bei mir melden. Vielen Dank und bis bald. Euer Harry. Ciao.